Wie sieht es bei Barbara Meyer, 31, mit der Familienplanung aus? Im Mai gaben das Model und ihr Schatz Clemens Hallmann ihre Verlobung bekannt. Nach der Heirat möchte die Bauti auch irgendwann Kinder mit ihrem Verlobten bekommen. Die Wahrsagerin. Die Wahrsagerin soll aufgrund ihrer Handlinien unter anderem auch Kinderprophetzeit haben und zwar mindestens zwei. Ob die Schönheit an solche Schicksalsdeutungen glaubt, verriet sie nicht. Allerdings finde sie diese Kunst äußerst interessant. Ihre Fans würden sich sicherlich schon jetzt über Baby Nibs freuen. Immerhin wird in den Kommentaren unter ihren Beiträgen auf Instagram immer wieder der Wunsch nach ein paar kleinen Barbaras laut. Du bist so schön, wann gibst du endlich deine Gene weiter? Fragen sich ihre Follower und hoffen dabei anscheinend vor allem auf eines, deine Kids müssen einfach deine tollen Haare erben.